nach kampanien als ich die gläserne pendeltür aufdrückte schon von weitem sehe ich ihn er mit umgehängter tasche auf rollen zieht er seinen koffer hinter sich her der reisebus scheint also noch nicht da zu sein vor dem doppelflügigen eingang des bahnhofshotel hat er sicher minutenlang gewartet und nun schaut er wahrscheinlich ob in der passage schon eine bäckerei geöffnet hat um noch schnell ein süßes pudding teilchen ein paar brötchen zu kaufen milch und käsebrötchen mag er am liebsten schleppenden schritt ist den kopf nach rechts gewendet zieht er seinen schweren koffer hinter sich her und als er mich sieht was willst du dir irritiert scheint er möchte offenbar nicht dass ich ihn zu seiner ersten großen reise bis an den bus verabschiede du brauchst dich mitzukommen er hat bestimmt gedacht ich finde keinen parkplatz und fahre gleich wieder nach hause gestern hat er geburtstag gehabt 16 geworden heute fährt er mit schulfreunden für zwei wochen in den süden italiens nach kampanien weg von schule und eltern aus in die sich ihnen öffnende welt mit dem klimatierten bus bis milano dann weiter mit dem zug bis parina diacea ins jugendcamp 32 stunden werden sie unterwegs sein also habe ich ihn zum hauptbahnhof gefahren ich habe ihn gerne gefahren wäre doch auch so umständlich für ihn gewesen mit dem koffer der sperrigen umhängetasche ich habe nicht damit gerechnet in der nähe des bahnhoffs ein parkplatz zu finden die großen ferien haben begonnen täglich fahren hunderte von kindern und jugendlichen von dort aus in die weite welt habe neben die bahnhoffs vorhalle gefahren damit er es nicht so weit hat in den bereich vor der gepäckannahme wo man zwar halten aber nicht parken darf bin ausgestiegen habe den kofferraum geöffnet tasche und koffer hervorgeholt der bus werde sicher gleich kommen hat er gesagt wenn er nicht schon da sei er müsse sich beeilen ich habe ihn umarmt und ihm einen wunderschönen urlaub gewünscht und ihn gebeten auf wirklich alle drei tage anzurufen bescheid zu geben ob auch alles in ordnung sei ich habe ihm noch sagen wollen er soll auf sich aufpassen nicht alles essen und trinken was auf den märkten angeboten werde weil da hat er sich schon umgedreht gehabt kann er verstehen er ist aufgeregt zum ersten mal fährt er alleine weg noch dazu ins ausland er kann sich auf englisch auch auf französisch nicht jedoch auf italienisch unterhalten habe dann doch mitten in der innenstadt zur urlaubszeit am frühen morgen einen parkplatz gefunden und zwar vor dem postgebäude an der wittner straße ohne wie sonst um den bahnhofskomplex kreisen lange suchend herum kurven zu müssen bin also nicht gleich wieder nach hause sondern habe mir an einem dieser blauen kästen ein parkschein geholt den lege ich gut sichtbar hinter die windschutzscheibe dann bin ich ihm hinterher treffe erst in der bahnhofsvolle vorhalle auf ihn überrascht ist er mich zu sehen was willst du denn hier er schreit ja fast der hemmselmige ältere mann schräg hinter mir vor dem geschlossenen kartenschalter des balikinos blickt moment moment lang erschrocken richtet den blick zuerst auf ihn dann auf mich ich sage laut nicht ohne zu lächeln sehr liebenswürdig mein sohn entstehen geblieben während er sein koffer hinter sich her zieht ohne den kopf noch mal zu wenden weitergeht und vielleicht noch schnell ein süßes pudding teilchen ein paar brötchen zu kaufen ich verstehe er muss sich beeilen der reisebus kann jeden moment um die ecke kommen ich merke wie der mann begreift sein gesicht entspannt sich schmunzeln sieht er mich an nichts schlimmes ist passiert ich gehe wieder zurück doch nicht zum auto unter dem geschwungenen vordach des bahnhofs halte ich meinen schritt an neben dem blumengeschäft verharre am eingang von hier aus kann man alles beobachten ich kann sehen wann der bus kommt kann sehen wie sie einsteigen kann deutlich sehen wie er zurückkommt wie er allein auf seine erste große reise geht mir fällt ein hochgewachsener junger mann auf kaum älter als 20 in einem gelben t shirt haare passend dazu gefärbt eben ist er an mir vorbei gerannt scheint einer der betreuer zu sein fünf sollen mitfahren sie verwalten das taschengeld der jugendlichen verwahren ausweis impfbuch und auslandskrankenschein andere kinder sind da nicht so gewesen in dem punkt von dem bus entdecke ich jetzt auch elterngesichter ein mann in meinem alter grau schopf kurze hose reicht einen koffer an noch ein ich sehe wie meinen sohn der an seinem hellblauen polo im kurzen erkennnis ansteht um seinen koffer abzugeben die umhänge tasche behält er der fahrer stapelt die koffer in den raum unter den sitzen ich sehe wie alex daniel und mein sohn in dieser reihenfolge hinten einsteigen der bus ist weiß und hat das kennzeichen ob wie ich aus den unterlagen weiß fährt er jetzt nach dortmund um noch weitere jugendliche abzuholen es schmal und hoch einer von dem modernen liegesitzen toilette und klimaanlage ihm seine beiden freunde ich kann sie nicht mehr sehen wo setzen sie sich hin ich habe zu ihm gesagt setzt sich am besten in die mitte dann schaukelt es nicht so ich sehe wie eltern die hand heben und winken sie stehen vor dem doppelflügigen eingang des bahnhofs hotels da stehen noch andere geschwister vielleicht großeltern sie schauen dem bus nach und winken ihren lieben zu der bus rollt langsam vom bahnhofs vor platz muss einen augenblick warten er sich nach rechts in den verkehr auf der wiener straße einreihen kann der bus ist weiß und hoch und schmal und hat das oberhausener kennzeichen